Oliven auch in eine Pfanne geben und die gehackten Zwiebeln darin an dünsten. Die gewürfelten Tomaten mit in die Pfanne geben, Dosen mit Wasser ausspülen und ebenfalls dazugeben. Das Ganze mit Salz, Pfeffer, einem gepressten Knoblauchzei und einem Buya-Würfel würzen. Gut umrühren und 10 Minuten auf kleiner Stufe kochen lassen. Gut umrühren und 10 Minuten auf kleiner Stufe kochen lassen.